Ich hab Peter im Auto geschlappt, aber dann krieg ich Hits. Ich seh nur, der ist tot. Egal, du hast immer den Fuß getroffen und meine Arme. Im Westen ist noch ganz hervorragend gemacht. Ja, das ist ja das gar nicht. Hey, könnte aber durchaus was sein, ne? Gerade wenn es hier die Insel ist, dann sind die alle geil hier runter zu hacken. Ah! Warum tust du das?